I need Sachen for the auto, so I will loot everything I can find Watt hat dat? 1200, ne axt, ne die axt ist mir zu wuchtig Die Waffe ist mir zu stark, die nehm ich nicht Ja gut, es ist halt, wie gesagt, es ist dann zu wuchtig, weil dann schleuerst du da so eine Axt durchgegen wie so eine letzte, wie Hans 3, Alter und dann äh, brauchst du halt 100 Jahre für einen Schlag, ne? Ja Warte mal kurz Diese Verzögerung nutze ich, um was zu trinken Ja Ach, delizios Excelsior Excelsior Oh, ganz viele Autos und ne Karatelezone Ja Hier liegt ne Dingens Gerade mitgenommen Kleine Daffen, so Gebt mir euer Benzin, denn ihr braucht kein Benzin mehr Ihr seid alle tot oder ihr seid ziemlich scheiße am Arsch Wir dagegen, wir leben und wir sind super cool Der Typ ist einfach die Spawn, den ich gerade wegtreten wollte, was soll das denn? Wow Kommen die alle her Ja Ja Was ist das? Nicht sterbend. Wir sind Nägel. Geil. Hier ist eine Schnur. Ein Kaffee. Wow. Weiß ich mach nur eine Motorhaube von so einem Jeep auf. Das heißt, was ich draußen entnehmen kann sind Schrauben. Danke. Wow. Vier Schuss. Auf den Kopf und der Typ ist tot. Vier Schuss von dem Revolver. Puh. Gar nicht extrem. Alter, guck dir das hier mal an. Warst du hier schon mal hier vorne vor der Tür? Warte. Ja, ich seh's. Diese Kisten. Guck mal. Wow. Was? Ein Schuss in den Kopf mit dem Revolver und der kleine große ist tot. Wow. Hat er auch ganz gedärme hier, na? Voll nice. Dreck mal Baden. Was soll ich dazu sagen? Ich hole mir jetzt erstmal hier sämtliche Schrauben und Benzendinger, Alter. Haben ich gerade schon getan. Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Lackierung. Geil. Guck, wo ich bimse, nun kannst du dir die holen. Ja. Ich seh's. Unter Karte. So, Kiste ist auch, wo ich bin. Ja. Ja. Was für ein scheiß Schlachtfeld, Alter. Ja. Aber looten ist immer gut. Schön Flugzeug für den Abwurf. Ja. Holen wir uns das? Erinnern wir uns auch, wo der Abwurf runterkommt. Hier sind aber noch Kisten. Der Abwurf ist viel zu weit weg. Okay. Wo war noch eine? Hier. Wow. Blutfest. Oh ja. Wow, ich bin schon wieder voll, was die GAE-Pakete angeht. Du meinst die Fackeln, die da drin liegen? Nee, nee. GAE-Pakete. Die Fackeln sind ja extra. Diese Hilfs-Teile. So, ich hab schon auf jeden Fall wieder genug Material, um ein paar Unfälle zu bauen. Was bist du? Nee, 900. Ja, krumm. Was hat denn das für eine Wendigkeitsstufe? Nicht geguckt. Nee, das ist viel zu lahmarschig. Ja. 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 Mit dein Maul, fast. Boah Jungs ey, wow, die haben ja eine Kohlepose hier, alter. Wer? Ach, da waren zwei Zombies die sahen aus, würden sich gerade gegenseitig befriedigen. Wow. Das ist ein weiterer Waypoint. Ja, wobei ich schätze, dass der auf der anderen Seite der Scheiße hier sein wird. Da gucken wir jetzt einfach mal auf die Map. Ja, ist er. Aber, da können wir runterfallen. Ja, das könnte eventuell interessant werden. Du kannst da ab einer gewissen Höhe runterziehen mit dem Haken. Ja, ich kenn mein Glück. Halt dich bereit. Ah, ist klar. Ne, doch nicht. Alles safe. Boah ne, hier sind so ein paar Hitlersägen am Strand, da hab ich gar keinen Bock drauf. Warte mal, ich hab ne Idee. Ich will mal was versuchen. Ja. Ne, das war daneben. Aha. So. Wo ist der andere Spaß? Da hinten. Okay. Okay, die kannst du also schön wegsnipern. Schon geplatzt wie ne Melone, Alter. Schön. Ja. Ähm. Hall. Okay. Wieso kann ich... Oh, diese nicht kletterbaren Klippen. Ähm. Ich bin da. Ohja. Oha. Wow! Alter, ist das eine heftige, krasse Waffe, wa? Oh ja. Okay, wenn einer dieser Monolithen hier war, dann ist er entweder verdampft oder etwas hat ihn ins Wasser geschubst. Ha. Okay. Eine Städte hat man schon mal nachgeguckt. Wollen wir was zu looten? Da wird noch was angezeigt. Ach, da hinten im Wasser. Ach, ne. Ach, ne. Lukas? Nein! Oh, oh, oh. Ja, nee, 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 nee. Oh, oh, oh. Alter, hab ich Glück gehabt, ey. Oh, fuck, alter. Ab ins Wasser. Kommst du hin, spielst du ins Wasser? Ist auch da. Ich hab noch vorher noch eine Hitler-Säge erschossen. So, ich hab hier eine Malerei gefunden. Ich komm wieder an die Oberfläche. Ja, die Oberfläche ist unser Zuhause. Sag dir der Alien. Ja, was ne geile Mucke läuft an, alter. Die ist ja mega chillig. Also den Soundtrack werde ich mir auf jeden Fall runterladen, oder? Natürlich, nur gekauft. Ja, du kannst ja, wenn du das Spiel digital gekauft hast, den Soundtrack runterladen. Ich glaub schon. Glaub ich. Könnte es auch eine Maske sein? Ja, vielleicht. Gute Arbeit, Mr. Crane. Mr. Crane. Das bimsen wir. Das bimsen wir. Ab zur nächsten Kultstätte. Oh ja. Ja, Rastausfrau. Ja. Wow. Wow. Wow, einfach nur wow. Hmm. See you anymore. Nein, 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 nein. Boah, Lukas, mach mir doch nicht so eine Angst. Da kann ich doch nichts für. Boah, da zieht der sich da um den Zahnfleisch die Klippe hoch, alter. Und mir bricht hier einer ab, ja. Zombie war da. Oh ja. Da werde ich wieder ein paar Level-Skillpunkte farmen, skillen. Eigentlich müssten wir sowas immer nachts machen, Alter. Ja. Aber nachts haben halt die Viecher, die uns stören. Ja. Klatsch, bist halt weg. ich will die sogar schreien, oder? Ja, wir üben hier einfach für den Muschpit für Wacken. Das ist auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Und zack. Boah, Junge, dies. Das war jetzt... So, ich glaube, wir haben sie alle. Ja. Schön ein bisschen gelevelt. Ja, das hat gerade den Balken gut gesteigt. Äh, gut gesteigt, gut gesteigert. Ja, zu Balken gesteigt, nicht für Deutsch, ja. Die Fresse. Mal schlau, was du. Mal schlau, was du überhaupt nicht lern, mal schluss. Mal schluss, mal schluss. So, let's go zur nächsten Stelle. Jawohl. Da vorne sind ein paar Autos zu looten. Die würde ich gerne mitnehmen. On my way. Oh, warte. Krass, ne? Ein Schuss. Ja! Weißt du, fällt... Oh, den Schuss zu knacken. Fällt doch noch genauso vor meinen Augen hin. Oh, Junge. Mein Gott. Ich muss den Leuten erst den Kopf absägen, dass die verstehen, dass jetzt gerade der Manager nicht zu sprechen ist. Don't speak your manager right now. So, jetzt noch hier die ganzen toten Körper einmal antasten. Hm. Was soll ich denn zu sagen, oder? Hahaha, das Geräusch, Alter. So, weiter, weiter. I think I am going in the right direction, because... Oh, wir müssen... Ah, wieder ins Wasser. Okay. Ja, dann... Oh, nein. Nee, safe. Ich hab's geschafft. Ja, so einen halben Millimeter von einem Steinmenschen auch aufgekommen, Alter. Nice. So, und du heute so? Ach ja, geschwommen. Und selbst? Ja, ein bisschen nass geworden. Wenn wir nächstes Jahr wirklich nach Wacken fahren, dann lass uns das füllen. Also, ich wär' bereit, ne GoPro dabei zu haben und so, aber das wird rechte-technisch schwierig, ne? Rechte-Technisch-Technisch. Ach, hopp, hopp, hopp. Dürfen einfach Auftritte zeigen, aber halt ohne Musik. Ich würd' ja live Auftritt, die mit Kamera aufgenommen sind, sowieso nicht mitnehmen, weil das...